hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge so ich würde sagen wir fahren in das dorf auf der anderen buchseite auch noch aber schön wie schön das hier war ein wenig schwimmen ein wenig chillen super so ja dieser weg führt uns um die bucht ue einfach mal eingemauert so gleich sind wir da hollerie und hollerau ach wie schön wie schön moment was sieht weitraut da ein boot ein ruderboot mit kisten ist das ist das cool am ende der bohr ist das schön hier aber wie schön kann man mit dem boot fahren nein kann man nicht ich weiß also ich weiß ich vermute so oh schade schade Ah, aber schön mit dem Boot hier. Oh, wie cool. So, nö. Oh, das wäre doch ein super Thumbnail, oder? Oh, mit dem Strand da hinten. Oh, das Boot. Oh, cool. Ja, ich kann so schauen, ich kann so schauen, aber so will ich nicht schauen. So. Oh, wie cool. Schön. Schön. Ich bin schon gespannt, weil es sieht nach Abend aus. Die Sonne wird bald untergehen. Denn nächtens ist sie nie zu sehen. Aber wir haben so ein Glück gehabt vorher mit dem Dorf. Mit Zmayan. Zmayan? War das Zmayan? Ich glaube, der Name war Zmayan. Unser Teil, nö. Oh, das war wirklich schön. So, wo ist mein Auto? Ach, da hinten. Verdammt. Und ich dachte, wir sind schon. Oh, na ja. So. Während des Laufens könnten wir mal einen Schluck auch trinken. So, sehr schön. Wie cool. Wie cool. So. Ui. Das ist jetzt... Was? Was? Pri-Gradica. So. Pri-Gradica. Na ja. Ist sicher auch hübsch. So, wir schauen gleich mal, was uns hier besonders gefällt. Ein charmantes kleines Dörfchen. Oh, wie cool. Ja, wir werden dann auch den Balk... Wie bitte? Balkon abchecken. Ob er eh auf der richtigen Seite gebaut ist. Oh, dieses eingemauerte Teil hier. Oh, wie schön. So, okay. Hier kommen ein paar Scheunen. Oh, da können wir unsere Trinkfläschchen auffüllen. Sehr cool. So, der Tuarm. Der hat auch was. Okay, das ist ein Minishop. Uah. Der Frieden im Brück-Gradica ist gestört. Durch dich, mein Freund. So, na schau mal. Hm. So. Nö. Nö, 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 nö. So, hier ist seine Garage. Ja, schau mal als erstes mal rein. Da, 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 da. Okay. Wir könnten das Ganze hier auch einfach mit der Pistole, äh, mit der Pistole, mit dem Gewehr erledigen. So, weil ich aber gerade die Toilette gesehen habe. So, wieder Socken. Brauchen wir mal hier nicht. So, wie sieht denn der Stopfwechsel aus? 40, 42, oh, 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 oh. Na gut, wir müssen ja nicht hier gleich her, auf die Toilette. Oh, ja. Sehr gut. So, Spaghetti? Nö, hier? Nö. Ja. Ja. Ja, wesentlich besser. So. Wir haben es einfach mal im nächsten Haus. So. Was wäre denn hier? So, Kniefrau, kommen wir uns mal. Ganze Sauerei jetzt am Boden. Ja gut, ich mache das nicht weg. So, Kühlschrank noch. Oh, da ist er ja. Ein Zaungast. So, da haben wir nachgesehen. Wir haben ihn nachgesehen. So, super. Bini wieder. Ja, wir müssen aber auch hier nicht auf die Toilette. So, die Dame, die wabert noch ein wenig. Also, wir schauen mal nach. Nein. Nein. Ernsthaft? Nein. So. Und so. So, dann würde ich sagen, wieder raus. Und gehen wir doch ins andere Haus. So, da oben, der Balkon. Oh, der ist aber schön gelegen. Der ist aber schön gelegen. Heiho, wie sind wir, Zwerge, Frota. Ja, schon schön, aber... Okay, in dieses Haus wollen wir rein. So, Spaghetti. Der Spaghetti-Check. Ach, ich hätte so gerne jetzt Spaghetti. So. Und dann checken wir noch das andere aus. Ja, Kürbis. Das Wasser kommt da rein. Der Kürbis kommt da mit. Ach, wie schön. Wie schön. So, hier. Zerteilen. Nein. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Okay. Und da ist mal... Da, 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 der Balkon. Äh. Okay. So. Neh mal runter. Ja, da kann ich, da kann ich schon auch noch rein, aber... Die Zange. Nö. So. Schneller Durchlauf hier. Oh, schöner Rucksack. Schöner Rucksack. Schönes Ding, du. Dann schauen wir da noch. Nö. Kochtopf nehme ich nicht mit. So. Jetzt das abgezäunte Gebäude. Das, da... Ruht meine Hoffnung. Da ruht meine Hoffnung tatsächlich. Oh, wie schön. So, dann gehen wir zuerst mal ins Erdgeschoss. Hier. So, sind wir da. Super Brille, super Beanie. Äh, naja. So, in den Kasten. Spaghetti. Jetzt. Nein. Wieder nicht. So. Und hier. Nö. Wieder Beanie. Irgendwie gibt es viele Beanies. So. Mal hier rauf. Okay. Der Badezimmer. Check. Die ist aber schön, oder? 83, 86, 92. Nö. Das, was wir anhaben, ist besser. So, und jetzt bin ich auf den Balkon gespannt. Äh. Wieso? Wieso baut man einen Balkon auf die Seite, wenn... Och. Guck mal. Das wäre der andere Blick. Der andere Blick. Verdammt. Warum macht man sowas? Da. Super. Mit schöner Aussicht auf die Baracken. Und auf mein Auto. Aber... Genau gedreht gehört das Haus. Ich will ja nichts sagen. Nein, ich will nichts sagen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Ja. Zumindest kann ich... Zumindest kann ich was trinken. Das ist ja nicht so, ich weiß. So. Gut. Da werde ich mir jetzt eine Toilette suchen. Irgendwo ein schönes kleines... Wie wäre das direkt vor uns? Juach. Te-de-de-de-de... Te-de-de-de-de... Te-de-de-de... Hm, ein schöner Rucksack. Der ist aber wirklich hübsch. Hm. Okay. So, jetzt aber die richtige Richtung, oder? Ja. Ja. So muss der Aussicht. So muss das Aussichtsthema erledigt sein. So gehört das. Ja. Oh, ist das schön. Nein, so will ich es haben. Spaghetti noch? Nein. Nein. Nö. So, dann würde ich aber mal sagen, wir machen mal ein großes Geschäft, bevor es Abend ist. So, und ich hätte auch gesagt, ich hole euch nachher dann wieder dazu. In der Früh, so, währenddessen sie da so heftig drückt, können wir ja noch überlegen. Also, der Scheinbruch ist irgendwo, Grenze A2 Richtung B2, wenn wir dann wieder auffahren. Bedeutet, ich würde sagen, wir fahren einfach die Küstenstraße dann entlang und gerade nach oben. Senkrecht. Nach Norden. So, ja, das Haus ist schön, gefällt mir, Balkon ist auch richtig. Schön. So, was können wir uns noch anschauen? Da oben den Turm. Da waren wir. Der Turm, der ist auch sicher schön, Aussicht von oben. Der Balkon, seitlich, ja, ich weiß ja nicht. So, wir schauen mal. Nö, machen wir gleich so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, wie glücklich. Super. Ah, und wenn die eine kaputt ist, haben wir noch die andere. Oh, wie cool. Ach so, so, so muss Ausblick sein. Yeah. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir schauen noch nach oben. Oh, da liegt einer. Ja, der kann gleich liegen bleiben. So. So, ja, Leuchtmunition. Immer wieder diese Leuchtmunition. So, was haben wir Schönes? Nichts Schönes. Gar nichts Schönes. Ach, wir haben noch eine Legging gefunden. Wir haben noch eine Legging gefunden. Und zwar noch so eine. Die ist hübsch. Die passt weiter. Das ist gut. Schön, schön. Ich freue mich total. Was ist das? Jeans. Ja. Nö, jetzt wollen wir Leggings haben. Eine Ersatz-Leggings. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Wie schön. Oh, cool. So, da ist noch ein Shop. In den gehen wir auch schnell nach. Wieso liegt da was? Ist das Müll? Ja. Hallo? So, zuerst mal zumachen. Hier, was ist das? Ah, das Weitabu-Bier. Das gute Weitabu-Bier. So, dann werden wir das mal mitnehmen. Das gute Weitabu-Bier. Ja, wie vermutet. Da ist auch nichts. So, da ist auch nichts. So, doch Batterie. Und eine schöne Toilette. Und eine schöne Toilette. Apropos Toilette. Na ja, wir könnten, wir könnten, wir könnten, ja, sollten wir auch machen. So, bevor wir uns das Weitabu-Bier abends dann in die Kehle stoßen. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Super. Ah. Oh, wie schön. Ach, total toll. Total toll. Oh, die Abendstimmung. Oh, und da ist noch einmal so ein Bootsanleger. Oh, wie schön. Ach, total malerisch auch. Oh, super. So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Ja, ist wieder eine kürzere. Nächste Folge geht's auf Richtung Steinbruch. Auf direkten Weg. Ich hole euch dann dazu. Ja, wenn die Sonne aufgegangen ist. Ich denke mal, das ist in aller Interesse. Bis dann. Tschüss.